Merkt ihr, dass Summer of Games richtig heiße Nummer, oder? Er ist momentan entbrannt, die E3. Wisst ihr, findet nicht statt. Aber drumherum, ganz viele Präsentationen. Gerade eben eine gewesen und genau über die und vieles anderes sprechen wir jetzt zusammen mit Sandro und Viett hier an. Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP. Die ganze Welt des Fan-Merch. Hallihallo, herzlich willkommen zum Game Talk hier mit Viett, mit Dennis und mit meiner Wenigkeit. Was geht? Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute natürlich über News, über das, was wir gezockt haben und über den Developer-Showcase, den wir vorhin gesehen haben, wo wir so ein halbes Auge drauf hatten. Wo wir ein Meeting hatten. Müssen wir auch mal sagen, müssen wir transparent sein. Wobei die Geschichte ist noch lustiger. Eigentlich sollte das Meeting eine halbe Stunde nach, also nachdem dieses Showcase-Beginn stattfinden, aber die haben eine halbe Stunde lang Musik gemacht. Wer es gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Aber da wurde eine halbe Stunde am Anfang Musik gemacht. Ich war ein bisschen verwirrt. Ihr habt es mir gerade erklärt, aber so richtig, so als jemand, der da einfach einstieg und dachte, okay, jetzt geht ein Showcase los, mir werden gleich Spiele gezeigt. Ich musste erst mal eine halbe Stunde mir Musik angucken. Ich fand das als Einstieg eigentlich cool, nur war es dann sehr lang. Und das hat auch einen Grund. Also zur Erklärung, da wurde eben Musik gemacht und zwar wurde der Soundtrack von Outer Wilds live vorgespielt, was schon mal ein cooler Soundtrack ist und ein etwas anderer Einstieg mal in so eine Präsentation. Aber da gab es nun mal eben ein Problem, dass eine andere Präsentation währenddessen war und zwar die Abendspräsentation und zwar für Super Smash Bros. Ultimate wurde ein neuer Charakter angekündigt und das hat ein bisschen mehr Zeit gekostet anscheinend. Weshalb sie dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt ein bisschen Zeit füllen bis 17 Uhr. Das ist nur eine Vermutung, ich glaube nicht, dass es so ist. Achso, eine Vermutung. Aber es gab ja neben dieser Präsentation heute ja noch die Präsentation, wo ein neuer Charakter angekündigt wurde für Super Smash Bros. Ultimate. Ist für Fans natürlich ganz cool, weil aus dem Nintendo-Roster natürlich wieder ein neuer Charakter angekündigt und gezeigt wurde. Und, ähm, Sakurai, der einer der Entwickler, hat ja auch schon gesagt, hey Leute, wenn ihr wollt, dass einer eurer Charaktere, Maskottchen, bei uns mitmachen möchte, ne, sagt einfach Bescheid. Und dann hat man so gesagt, hm, okay, da wird ja wahrscheinlich nicht nur ein Nintendo-Charakter dabei sein und stellte sich heraus, da war noch ein Gastcharakter dabei und zwar der World Boy als Mii Kämpfer. World Boy als Mii, ah, okay. Das ist so eine der größten Überraschungen gewesen. Ansonsten, hey, es ist ein cooler Trailer, es ist gut geschnitten, es ist, äh, es ist Animationstechnisch einfach mal was ganz anderes. Ich find's ganz cool, dass Nintendo da mal versucht, andere Sachen zu machen, aber sonst. Aber, warte kurz, Nintendo hat ne Prise nur für dieses eine Spiel gemacht. Nicht für das eine Spiel, für den einen Charakter. Nur für einen Charakter. Ja. Und für einen Charakter, wenn Nintendo ne Prise macht, geht der ganze Summer of Games, verschiebt sich deswegen kurzfristig, oder was? Wegen einem kleinen Charakter von Nintendo. Ey, wenn Nintendo sagt, spricht, dann sind alle still. Krass, ja wirklich. Das ist ja fucking Nintendo, ey. Heftig, ja gut, da sehen wir Kirby, ne, ich mein. Und Captain Falcon, komm. Das ist schon witzig. Ja. Ey, aber, geirg euch das nicht auch so, dass, also das hier ging völlig an mir vorbei. Das hab ich jetzt im Nachhinein mitbekommen, dass gerade auch die Nintendo Directs, diese kleinen Gehackten und so, und auch diese vielen Präsentationen, weil wie gesagt, heute schon wieder ne Präsentation, dann irgendwie am Donnerstag kommt Cyberpunk, gut, das hatte jetzt jeder auf dem Schirm, aber Mittwoch davor ist noch Marvel's Avengers. Naja, nicht nur das, sondern letzte Woche hatten die auch schon ne Pokémon-Präsentation gehabt, als der neue DLC kam, am Mittwoch war's, also, ja, die machen wahrscheinlich so ne Pokémon Direct und erzählen dann ein bisschen was zu dem neuen Pokémon-Spiel und stellen sich heraus, ne, die haben auch andere neue Spiele gezeigt, die haben zwei App-Spiele gezeigt, die für uns natürlich ein bisschen uninteressant sind. Ein Kinderspiel, wo vielleicht für deine Kinder was, damit sie schön Zähne putzen, Pokémon Smile, ist ein AR-Game, ist wirklich, wirklich für Kleinkinder, ein Puzzle-Game und, äh, Pokémon Snap, also New Pokémon Snap 2, ist natürlich für alte Fans eine sehr, sehr große Sache, als das angekündigt wurde. Oder als ich das gesehen hab, dachte ich so, wow, geil, New Pokémon Snap, das war einfach nur ne Frage der Zeit und da haben sie auch gesagt, hey, diese Woche Mittwoch wird noch mal was zu Pokémon gezeigt und da vermuten grad alle, dass es wahrscheinlich ein Remake der vierten Generation sein wird. Ist nur ne Vermutung, aber neben Avengers wird wahrscheinlich auch noch Pokémon gezeigt. Für Switch dann. Ja. Nein, noch für die Wii. Äh, ey, irgendwie, also, was ich sagen wollte damit ist, ähm, ich dachte erst, mein erster Gedanke von dieser Aufsplittung der E3 war irgendwie, ja, ist ja cool, weil dann bekommen auch die ganzen kleinen Spiele noch mehr Aufmerksamkeit, sonst gehen die E3 Trubel unter, aber jetzt hab ich das Gefühl, dass es nicht besser geworden ist, weil man dann doch so viel entweder nur mit einem halben Auge zuschaut oder die Präsentation gar nicht mitbekommt und dann auf Twitter ja natürlich, also wenn man jetzt viel auf Twitter ist, dann nur bestimmte Spiele hochgeholt werden, ein Cyberpunk ist klar, dass da jeder drüber schreibt, aber jetzt bei so kleinen Indie-Spielen, wenn's so viele Indie-Showcases gibt, wo sich vielleicht das ein oder andere Spiel auch nicht großartig unterscheidet, dann geht das ein oder andere Spiel vielleicht auch unter. So zerfasert ist auch so ein bisschen, ne, hier ne Präso, da ne Präso, denn die Präso nicht, weil Nintendo gerade ein Charakter von das ist, also, es ist schon schwierig, da beim Ball zu bleiben, weil's so zerfasert ist und man nicht wirklich weiß, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, welche Präso sind jetzt die, früher war's ja klar, da hatten die drei Großen ne Präso und dann kam jetzt neuerdings die PC-Gaming-Show und sowas, wusstest du, ah, okay, diese Sachen, die muss ich mir merken, da bin ich am Ball und wenn ich super hardcore Meganerd bin, dann guck ich mir noch von AMD die Präso an und so weiter und Hardcore-Dinger, aber hier find ich's echt schwierig zu wissen, wann ich was gucken muss, weil alles zu schauen ist schwierig. Ja, find ich auch. Also, grade heute war's für mich sehr schwierig, weil ich dachte so, heute wird nur Crash Bandicoot angekündigt, weil das ja schon irgendwie seit einigen Tagen im Netz herumgeleakt wurde und, ja, der Abendscharakter war auch schon irgendwie offensichtlich, wurde auch schon eigentlich offiziell angekündigt und dass jetzt noch irgendwie zwei Stunden im Nachhinein, dann noch irgendwie, oder eineinhalb Stunden, jetzt noch ALF kam und irgendwie noch sehr viele Indie-Games gezeigt wurden, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, wenn wir über ALF reden, weil ich find das mega, also, um es kurz zu erklären, ich konnte es nur sehen in dem Moment, als ALF grade gezeigt wurde, ich konnte es nicht hören. Neben unseren Gesichtern in der Präsentation. Genau, wir hatten eine von diesen modernen, wie heißt es, Konferenzen übers Internet, wie nennt man das eigentlich, gibt's da einen Sammelbegriff, ich darf ja jetzt nicht. Video Call. Video Call, genau, ich will jetzt nicht ein bestimmtes Programm nennen und deswegen konnten wir es nur sehen auf dem zweiten Bildschirm, aber nicht hören, oder? Wer konnt's hören von euch? Was hat ALF erzählt? Nee, ich hab, also, ich hab kurz, in der Präsentation, also in unserem Call, hab ich gesprochen, das heißt, während ich gesprochen hab, hab ich so mit einem halben Auge zu ALF geschaut und es hat mir mein Gehirn komplett gekriegt. Ich hab die ganze Zeit deine Stimme mit ALFs Gesicht gehalten. Ja, sehen wir ihn. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt, aber warum ALF? Also, hä? Ja, bitte, erklärt mir das einer. Deswegen bin ich heute in die Sendung gekommen, damit mir einer erklärt, was hat ALF da gemacht, weil eingangs, vorher, dachten alle, wie ein ALF-Spiel, weil was anderes macht ja gar keinen Sinn. Aber das erste Meme, was sofort kam, natürlich in unserer Unterhaltung so, ja, ALF kommt als Pockform wieder. Ey, das Einzige, was ich mitbekommen hab, war die Aussage von ihm, dass er zu einem Mikro erfunden hätte. Ja, genau, das hab ich dann auch gelesen und ich dachte so, okay, das ist ein sehr schlechter Scherz, aber, ja, okay. Ja, ne? Passt ja gar nicht. Ja. Und dann war er natürlich auch englisch. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, da wir ja total an die Tommy-Pieper-Stimme gewöhnt sind. Und, ähm, ich hab nur so kleine Berufsstücken gehört und ich weiß wirklich nicht, was ALF da gemacht hat. Das war wohl irgendwie ein PL-Kump, man unterhält sich mit Geoff Keighley, der Typ, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man Videospiele präsentieren möchte anscheinend heutzutage. Ja. Jetzt auch ALF. Der nun mal auch Präsenter ist von dieser ganzen, äh, Gamefest-Geschichte. Ja, aber wie viel Milliarden Menschen? Sind wir nicht mittlerweile acht Milliarden Menschen? Es gibt nur einen Geoff Keighley auf der Welt, oder was? Nein, ein ALF. Aber es ist eine gute Frage, warum man ALF auspackt, weil ALF ist ja auch schon für meine Generation schon alter Hase und für mich so, ich hab ALF früher nicht gern geguckt. Ja, frag mich mal. Oder gar nicht. What? Was, jetzt nicht gern oder, 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 oder? Ich war zu jung, ich hab's irgendwie nicht verstanden. Achso, okay, gut. Ich glaub, das Kids-Handis war überhaupt nicht gerafft, oder? Als das lief, war ich vier oder fünf, ich wollte Cartoons sehen. Okay, klar. Ist natürlich... Ich bin noch jünger. Aber ich hab den Film gesehen, ich hab den Kinofilm gesehen von ALF. Es gibt einen Kinofilm von ALF? Hammer, okay, das wusste ich nicht. Wo er nicht mal bei Antenna ist, sondern hier, ähm, Area 51 und so weiter. So eine Art Spin-ah! Das ist die Fortsetzung aus der Serie. Doch, weiß ich. Sorry, tut mir leid. Hast gesehen. Natürlich kenn ich den. Natürlich kenn ich den. ALF-Experte Dennis. Ja, na klar. Ja, natürlich. Ich hab ja gehofft, dass es ein ALF-Spiel wenigstens gibt, aber das gab's dann doch nicht. Es ist wie bei den Game Awards letztes Jahr gewesen, wo dann plötzlich die Muppets da waren und eine ganz lustige Präsentation hatten. Kannst du dich noch daran erinnern? Stimmt, ja. Da dachte man sich auch so, oh geil, die Muppets kommen, das heißt, es wird irgendwie ein Spiel kommen, weil die letzten Jahre hatten die Muppets ja auch irgendwie so eine Art Revival gehabt mit den Filmen, den Muppets-Filmen. Da dachte man sich, okay, es wäre doch logisch, wenn jetzt irgendwie noch ein Muppets-Spiel kommt. Die ganze Technik ist ja schon so weit gekommen, dass diese ganzen Puppen halt auch im Spiel gut übernommen wären. Warum nicht? Wie krass das wäre. Stellt euch vor, weil die sind ja so stoffig. Das ist ja alles Stoff. Und wir haben ja schon hier Woolly World oder viele Spiele, auch das mit diesem kleinen roten Fadenmännchen. Unravel. Genau, Unravel, die so diese Stoff, wie nennt man das, Struktur, super cool darstellen können. Und ein richtig geiles Muppets-Spiel, wo die Muppets, ähnlich wie bei South Park, wo man ja mittlerweile auch schon sagt, okay, das Spiel sieht 100 Prozent so aus wie die Serie, das ist einfach kein Unterschied mehr. Das will ich, dass die Muppets das jetzt auch machen. Ich will die Muppets als Spiel, das soll genau so aussehen und es soll mega witzig sein. Aber was wär das noch für ein Spiel? Ey, irgendwas Lustiges. Selbst South Park haben die auch ein RPG gemacht, also warum nicht auch das? Aber noch ganz kurz, wir haben noch keine Antwort auf die Frage, was hat denn Alf jetzt da gemacht, oder? Ich glaub, also, außer jetzt, mich kann gern irgendjemand korrigieren im Chat, aber ich hab das Gefühl, dass er einfach dafür da ist, damit es mal was anderes ist. Also, die versuchen schon irgendwie diese Präsentationsformen aufzubrechen, weil wir haben jegliche Art von Präsentation schon durch. Wir haben die Cringing durch, vor allem. Wir haben ... Es geht immer schlimmer. Es geht auch immer noch schlimmer. PC-Gaming-Schuss. Wir haben Hardcore nur einen Trailer nach dem anderen durch. Wir haben diese Nintendo-Dinger, wo kurz noch mal was dazu gesagt wird irgendwie von den Nintendo-Chefs. Von Bowser, Duck Bowser zum Beispiel. Oder früher eben Reggie. Und ich hab das Gefühl, gerade auch mit dem Einstieg von der Musik, dass die einfach gucken, okay, wir werden anders in diese Präsentation reingehen. Wir versuchen, das mit Humor aufzuziehen. Dann ist natürlich wieder die Frage bei Humor. Humor ist voll schwierig. Also, das ist halt einfach schwer, jeden zum Lachen zu bringen. Selbst eine Alf oder was weiß ich, was da noch alles versucht wird an Gags rauszuhauen. Du wirst immer Leute haben, die dann sagen, oh, cringe, cringe, cringe. Ja, aber eine Figur auszupacken, die aus den 80ern, 90ern kommt, ist sehr schwierig, finde ich. Also, damals ist keine Connection. Mit so einer Figur dann irgendwie alle Gamer, alle Leute, alle Altersstufen irgendwie zufriedenzustellen, ist nahezu unmöglich. Weißt du, was ich glaub? Also, es ist ja jetzt, klar, wir haben alle ein Problem momentan mit der aktuellen Situation, wir müssen das online machen und deswegen sitzen an verschiedenen Orten viele Thinktanks und überlegen, okay, wie machen wir jetzt eine Präsentation digital? So, wie wir es ja auch an einigen Stellen zu Hause machen. Und diese verschiedenen Thinktanks an verschiedenen Orten haben verschiedene Ergebnisse. Manche sind gut, manche sind nicht so gut. Und bei manchen ist vielleicht irgendwann mal Alf eine gute Idee gewesen, aber das wurde so lange durch die Mangel genommen und am Ende hat es nicht, aber Alf ist geblieben. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe gerade... Hatten sie mal eine richtig gute Idee mit Alf, aber irgendwie war es da nicht möglich und er ist ein Rudiment der ersten Idee und jetzt passt es nicht mehr. Ich glaube, ganz einfach, dass... Ich hab's gerade herausgefunden, der Chat hat's verraten. Auf der Sony-Konferenz wurde doch dieses Spiel gezeigt mit der Katze, die dann in dieser Cyberpunk-Wertalung war. Ja, aber das war ein Gag daraus. Das war ein Gag daraus. Und was ist der Grund, weshalb sie ihn geholt haben? Für einen Gag haben sie Alf geholt, weil Alf Katzen zum Fressen gerne hat. Und weil's da viele Katzenspiele gab. Das war ein mittelguter Gag von irgendeinem Team, das versucht hat, diese Präsentation ins Digitale zu holen, aber haben es nicht ganz über die Gag-Ziellinie gestartet. Ich glaube, letztendlich ist einfach Jeff Keighley riesiger Alf-Fan und dachte, dass wir alle auch Alf-Fans sind und deswegen hat er gesagt, ja komm, für die 18.000 Zuschauer, die sie ungefähr hat. Gibst du da das auch, Alf-Gold, wenn du die Möglichkeit hättest? Natürlich, wenn ein Alf-Spiel kommen würde, mein Interesse wäre sofort da gewesen. Let's play announced. Aber was ich gerade im Chat, ich hab's jetzt mitgekriegt, als wir gefragt hatten, welches Muppets-Spiel würde man dann machen, irgendwer hat geschrieben, ein Muppets-Battlefield. Wie gut wär das denn, oder? Muppets-Field. Ein Muppets-Field. Und die Leute, die bewegen sich dann auch alle so wie Muppets, weißt du, die laufen nicht ganz normal, super cool. Da steckt sehr viel drin. Es gibt so viele Muppets. Gibt's eigentlich 100 Muppets, ja, ne? Bestimmt. Kannst du sogar ein Battle Royale-Spiel machen. Ich würd's spielen, das wär das erste Battle Royale-Spiel, was ich länger als fünf Stunden spiele. Ja, du kannst die Dinos dann auch reinpacken, weil das ja auch theoretisch Jim-Hanson-Figuren sind. Stimmt, du meinst die Baumschutzer-Dinos? Ja, die Baumschutzer-Dinos. Echt, sind das auch Jim-Hanson-Leute? Ja. Hammer, das wusste ich gar nicht. Deswegen sind die so gut. Und die Muppets sind doch jetzt Eigentum von Disney, oder? Wahrscheinlich wie alles, oder? Und Disney macht nur gute Spiele. Aber wir wollen ja nicht nur jetzt über die Muppets und Alf reden. Es gab ja noch andere Spiele, die von Jeffy angekündigt wurden. Und zwar Crash Bandicoot 4. Yes! It's about time. Ich hab da Bock drauf. Eine Fortsetzung von dem, ich glaub, das ist theoretisch der achte oder neunte Teil von Crash Bandicoot. Und das nehmen sie auch ein bisschen im Trailer auf die Schippe, weil nach Crash Bandicoot 3 auf der Playstation 1 gab's ja noch sehr viele andere Spiele, die dann auf der Playstation 2 erschienen sind, wo Crash ein bisschen edgy geworden ist. Ihr kennt ja diese Zeiten mit Playstation 2, wo sie alle Charaktere edgy gemacht haben, so wie Ratchet & Clank oder, ähm, nee, nicht Ratchet & Clank, sondern wie heißt nochmal hier? Jack & Dexter. Erster Teil noch so knallbunt, und der zweite Teil war da schon ein bisschen edgy. Er hatte hier so einen komischen Ziegenbart, hat dann da rumgeballert. Und das war auch mit Crash Bandicoot. Crash Bandicoot hatte plötzlich Tribal-Tattoos gehabt. Ja, Mann. Und das haben sie jetzt geändert. Die haben's auch ein bisschen auf die Schippe genommen im Trailer, wo dir gesagt wurde, ey, wie oft habt ihr jetzt eigentlich den Doktor besiegt? Äh, dreimal. Ja, wirklich, dreimal? Also, kam mir ein bisschen öfter vor. Ja, und ist das gut? Also, ich kenn Crash Bandicoot als Serie jetzt nicht so gut, ne? Nee, ich hab Sonic Mario als Plattformer damals viel gespielt. Aber dieses Crash Bandicoot, das ist einem hier so ein bisschen vorbei. Also, klärt mich gerne auf, ob sich das lohnt. Also, die Remake-Trilogy hat für mich meines Erachtens supergut funktioniert. Ich bin da immer noch nicht durch und spiel das immer mal wieder. Inzwischen auch auf der Switch ja erhältlich. Deswegen ist das immer für mich so, wenn ich unterwegs bin oder so, dann spiel ich da halt kurz mal rein. Und das ist schon echt saugut. Ich mein, ich hab früher sehr viel, zumindest die ersten beiden Teile, glaub ich, gespielt, den dritten dann gar nicht mehr. Aber den ersten hab ich noch sehr viel Erinnerung dran. Und dann bist du einfach froh, das in cooler Optik zu sehen. Und wir haben ja grad schon in den Trailer reingeschaut. Das hier sieht eigentlich aus wie, genau wie das Remake. Also, ich find, diese Version sieht schon aus wie das Remake. Also, es ist schon ein bisschen besser als das Remake, natürlich, weil ein paar Sachen ein bisschen Zeit vergangen ist. Aber, ähm, wenn man jetzt bedenkt, oh cool, Crash Bandicoot kommt dieses Jahr. Und dann haben sie letzte Woche gerade auf der PS5 das neue Ratchet & Clank gezeigt. Und denkst auch so, oh, das sieht jetzt schon ein bisschen veraltet aus. Ja, stimmt. Ja, vor allem, weil Ratchet & Clank ja komplett von der neuen Technik profitiert. Man sieht ja, das Spiel glänzt ja nur. Es ist einfach nur nach RTX pur. Es ist wirklich der Showcase für die neue Technik, weil sie ja ohne Ladezeiten in ganz viele unterschiedliche Welten so und Dimensionslöcher irgendwie reingehen. Und, ähm, und das hier ist ein bisschen oldschool. Das find ich auch vollkommen in Ordnung. Was ist da grad hinter mir passiert? Äh, die Flasche ist gefallen. Ich hab mich nicht bewegt. Naja, komm. Geister. Wenn, dann sind's immer Geister. Doch, du hast dich gedreht. Aber, ähm, Wirt, wie stehst du denn zu Crash Bandico? Hast du Bock auf den vierten Teil? Ich find, der sieht ganz toll aus. Gefällt mir ganz gut. Ich hab den dritten Teil damals auf der PlayStation 1 mehrmals mit einem Kumpel gespielt. Aber, ähm, ja, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Also, Bock hab ich, weil das Ding schon sehr gut aussieht, neue Sachen hinzufügt. Also, Zeitmanipulation, du hast mehrere Charaktere, die du spielst. Es ist einfach nicht nur normal von A nach B kommen, sondern du hast ja noch verschiedene Spiele rein, wie der Trailer gezeigt hat. Und ich bin gespannt, was jetzt noch zu kommen wird. Und das Ding kommt ja eigentlich schon bald. Also, Oktober ist nicht mehr ... 2. Oktober, ey, ist echt krass, was dieses Jahr alles noch rauskommt. Ja, der Titel passt halt echt wie die Faust aus Auge, ne? It's about time. It's about time, ja, haben die auch schon ganz lange gesagt. Ja, fragt mich, wie die deutsche Version heißen wird. Ich hoffe, sie ändern's einfach nicht. Ich kann mir vorstellen, es wird Zeit. Aber so schlimm wie in der Filmbranche ist es nicht, dass jeder Titel umgenannt wird irgendwie. Weißt du, kennst du doch in der deutschen Filmbranche Großes Ruhu Wabuhu oder Frozen, da hieß ja Die Eiskönigin, völlig unverfroren. Und so was, das ist ja im Spiele-Genre oder in der Spielebranche zum Glück noch nicht angekommen. Oder fällt euch irgendwas ein, was so ... So spontan nicht, aber es gibt's bestimmt. Lieber Chat, während wir hier vielleicht weiterquatschen. Komm, 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 Generäle. Es gibt so gute Namen, die ... Statt Generäle, aber es war liegt, weil heute interessiert wurde. Es gibt so richtig beschissene, eingedeutschte Spielenamen, das würde mich mal interessieren. Wäre sonst auch ein gutes Special. Hat bestimmt Gregor schon dreimal gemacht. Ja, wahrscheinlich. Aber bei Filmen ist das, glaub ich, noch schlimmer. Total. Das Ganze wurde ja letztendlich präsentiert auch von Ron Gilbert, beziehungsweise von ... Ah, nee, warte mal, Tim Schäfer war es. Schäfer, Schäfer. Aber Ron Gilbert ist ja, glaub ich, auch nach ... Nee, der ist gar nicht mehr da bei Double Fine. Der macht ja seinen eigenen Kram mit dem Fimbo-Weed-Park, hat er zuletzt gemacht. Und ich glaube, das ist unabhängig von Double Fine. Und letztendlich haben diese Präsentationen aber I am 8-Bit, das ist so eine Produktionsfirma, und eben Double Fine Studios geführt. Deswegen haben wir da auch Tim Schäfer gesehen. Das war sein Garten. Und das war auch wieder schön absurd. Und den Humor mag ich dann lieber, als diesen Hau-drauf-Humor von Alf, muss ich sagen. Weil das so charmant ist, weil der da irgendwie am Anfang ganz weird steht und seine komischen Totenköpfe da ranhängt und so. Hä, aber der von Crash Bandicoot war doch auch cool. Da kommt so eine große Crash Bandicoot-Plüschfigur, die aus der Werbung aus den 90ern, dreht sogar einen Mundschutz und pöbelt da ein bisschen mit Jeff Keighley herum. Habt ihr ihn gesehen von Gameheads? Ich dachte eher, das Studio müsste eher Podheads heißen, wenn man ihn ... Habt ihr den gesehen? Er sah ein bisschen müde aus. Ein bisschen 420. Oder? Ja, genau, oder? Wo sieht Crunch-Time aus? Ich glaub, das ist Crunch-Time. Ohne Scheiße. Ja, aber da ging's dann los. Nach Tim Schafer kamen dann so ein paar Titel angeflogen, alle fünf Minuten neuer. Und da waren ein paar richtig gute bei. Ich weiß nicht, wie wir jetzt vorgehen. Lassen wir die einfach chronologisch durchdödeln? Ja, ich glaub, das wäre zu viel. Ich hab ein paar mitgeschrieben, die mir und ich glaub auch euch gefallen werden. Und zwar war das erste dann The Artful Escape. Das wurde aber nicht zum ersten Mal gezeigt. Ich such's mal kurz raus. Sondern ich glaub, im Zuge sogar von Microsoft. Kann das sein? Letztes Jahr E3, Microsoft, dass das da gezeigt wurde. Irgendwie hab ich so das im Hinterkopf. Und das ist einfach mal fucking stylisch. Das ist mega stylisch. Aber ich hab ... Was ist das für ein Spiel? Ist das ein Autorunner? Das hab ich mir tatsächlich noch in Sound angehört. Und, ähm, also du spielst halt die ganze Zeit Gitarren-Riffs. Ich hoffe, die Zuschauer hören das jetzt. Das hört sich so ein bisschen immer wie so Pink Floyd-Solos die ganze Zeit an. Wie ein langgezogenes Pink Floyd-Solo, dieses Spiel. Und hier seht ihr ihn gerade. Das ist hier dieser Johnny Superdude. Und er ist eigentlich Rockstar. Und er will ne neue Persona annehmen. Und diese neue Persona an seinen Konzerten, die spielt er wohl irgendwie. Genau, da wird das jetzt gerade erzählt. Und was man aber die ganze Zeit nur sieht, Gameplay-technisch, das hier ist jetzt nur so ne Anfangssequenz, schätz ich mal, aber man sieht Gameplay-technisch die ganze Zeit. Er rutscht irgendwo runter und du musst die ganze Zeit Knöpfe drücken, um Gitarren-Riffs abzufeuern. Und eigentlich ist das nur ein riesiger psychodelischer Trip durch bunte Farben. Ich fänd es total geil, wenn's wie bei Rayman Legends bei diesen Musikleveln wäre, dass man halt zum richtigen Zeitpunkt drücken, so Rhythmus-Spiel halt irgendwie, verbunden mit nem coolen Jump'n'Run. Und unter dem Stil. Ich glaube, dann, wenn du in so einen geilen Flow kommst, dann macht das bestimmt total Spaß. Aber vielleicht ist das noch geiler, wenn das nicht so ist, dass du einen Rhythmus vorgegeben hast. Stell dir vor, sie haben das so cool gemacht, dass egal, wann du drückst, dadurch durch irgendein Algorithmus trotzdem geile Musik rauskommt. Weißt du, was ich meine? Und da passiert halt auch immer irgendwas, je nachdem, was du drückst. Ja, richtig. Und das sagen sie auch am Ende, und das find ich beeindruckend, wie krass ist das, sie müssen alle diese Gitarren-Solos eingespielt haben. Und du kennst das ja in Videospielen. Dann drück mal mal an, dass sie müssen verschiedene Variationen dieser Gitarren-Silos ... Gitarren-Silos, genau. Solos. Das ist mega beeindruckend. Und ich find, das ist mega hübsch. Also ich will da durchschlidern. Es ist ein bisschen zu wenig rockig. Ich hör viele Gitarren-Solos mit wenig Schlagzeug. Ich will's ein bisschen härter haben. Ne? Kommt dann als DSC, das Drummer-Package. Genau, bisschen härter. Fünf Euro mehr für ein bisschen härter. Back to hell. Ich seh da viel Potenzial drin. Bin ich aber bei dir, wenn's nur Gitarren-Riffs sind. Ich glaub, das nervt auch noch. Also ich bin ein großer Fan von Gitarren-Riffs und guck mir gerne mal in so einer YouTube-Schleife irgendwelche Gitarren-Riffs-Solos an und so. Oder Soli, sagt man Soli. Silos. Silos sagt man, stimmt. Aber ich fänd's blöd, wenn das nach zwei Stunden dann irgendwie ein bisschen zu anstrengend wird. Ja, man weiß, es sieht wunderschön aus. Also es ist auf jeden Fall, das Interesse ist geweckt. Naja, was so hübsch aussieht. Abgespaced auch einfach. Ah, mir fällt grad ein deutscher Name ein vom Spiel. Das ist richtig schlimm. Das allererste Halo. Kampf um die Zukunft. Ja, stimmt. Die deutsche Version, also die englische Version, heißt Combat Evolve. Und die deutsche Version heißt Kampf um die Zukunft. Ich hab jetzt Parallel auch gar nicht, falls euch noch was einfällt. Ja, haut raus. Haut raus. Haut auf jeden Fall raus. Ja, was noch interessant aussah für mich, war Starbase. Starbase. Was war das denn? Das war das, was so ein bisschen wie Minecraft war im Weltraum. MMO soll das sein. Und dann aber auch so eine Stadt, die halt wieder so die classic Cyberpunk-Farben hat. Cyberpunk-Farben sind immer lila und rot. Ist das nicht das, wo man Raumschiffe baut? Das hier, oder? Ja, genau. Oder war's das nicht? Nee, das ist keine Stadt. Ich glaub, du verwechselst. Na, warte mal. Warte mal. Da kam noch mehr in diesen Trailer. Wie gesagt, Entschuldigung, wir haben nebenbei einen Call gehabt. Ja, richtig. Wir mussten nebenbei. Aber ey, wir können uns das ja auch einfach gemeinsam angucken. Ja, das fand ich mega cool. Cooler Trick. Hab ich's jetzt mal bei Prey gesehen, weißt du, dass man einfach Gravity switcht und du bist an der Decke. Wie cool in so einem Multiplayer-Shooter, wo du um die Ecke kommst, denkst du, bratst ihn weg und dann ist er über dir. Das dachte ich, äh, coole Nummer. Und dann frag ich mich jetzt an dieser Stelle, okay, das Spiel ist noch nicht draußen. Jetzt ist natürlich jegliche, alle Schiffe sind jetzt keine echten Spieler. Und wir sehen gleich so viele Schiffe, das ist dann immer ein bisschen gefakt. Und dann fragst du dich, okay. Aber meinst du, da traut sich noch irgendjemand nach der No Man's Sky-Debatte, so Fake-Kram in den Trailer zu packen? Äh, ich mein, also, also, du willst ja nicht zu viel versprechen, weil du weißt ganz genau, dass im Internet der Backlash dann groß ist. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die wird nicht verschwinden. Ja. Dass zu viel versprochen wird? Mhm. Ich glaub nicht, dass sie so schnell verschwindet. Das sieht gut aus. Dass sie auch Trailer machen mit In-Game-Material, was danach nicht benutzt wird. Ja, okay. Cinematics. Wobei mir ist aufgefallen, beim C&C ... Das hab ich gemeint, sorry. Oh, ach so, das mit der CD, das stimmt, das sieht echt aus wie Cyberpunk. Aber könnte das nicht auch ein riesiges Raumschiff sein? Ja, es sieht wie eine große Weltraumstation aus. Ich spreche's aber auch auf jeden Fall an, jetzt nicht nur wegen den Cyberpunk-Fahren. Starbase. Starbase. Aber man kann sich immer noch trotzdem nicht so richtig vorstellen, was man genau jetzt alles macht, find ich. Nee, nicht so. Man kann mutmaßen, aber so richtig Fakten gab's da nicht, ne? Du musstest sehr, sehr akribisch irgendwie alles bauen. Sie haben gesagt, dass jedes Objekt krass viele Properties hat, also Eigenschaften, die irgendwie ganz, ganz wichtig sind. Und dass das irgendwie ein riesengroßes MMO sein soll, wo man kooperativ den zusammenbauen kann oder alleine und man kann kämpfen oder auch nicht. Aber das ist irgendwie so schwammig, dass es alles sein kann. Voll. Apropos hier schwammig. Nee, das war eine dumme Überleitung. Wir haben doch vorhin gefragt, ob da noch Namen kommen von deutschen, also eigentlich deutschen Spielenamen. Xenogiers, der Wille zur Macht. Aber das hieß doch, glaub ich, im Original sogar. War das nicht so? Xenogiers? Ja, weil nämlich die Japaner ja häufiger mal so deutsche Namen nehmen oder auch, also gucken wir uns irgendwie ... Der Panzer Edelweiß. Ja, oder gucken wir uns Attack on Titan an, so mit den ganzen deutschen Namen und all sowas. Oder den Anime Monster, da ist auch ... Gut, der spielt auch teilweise in Deutschland. Aber die haben da ja sehr oft so einen Drang danach, dann irgendwie deutsche Worte zu benutzen. Xenogiers meinte ich natürlich, sorry. Xenogiers war der allererste Teil. Alter, ich kam letztens schon durcheinander, als wir hier unseren Review-Talk gemacht haben. Xenogiers, Xenoblade. Ja. Xenogiers. Wir haben da sowieso nicht hinterher. Ja. Kein einziger Teil gespielt. Genauso wie wir nicht bei diesen ganzen Trailern hinterherkommen. Also ich hab mir noch aufgeschrieben, Vorgun, aber ich hab's nur aufgeschrieben. Ich kann nicht mal sagen, was das ist. Ist das hier vorkommen, weil du nach Artful Escape eigentlich mit Spinch kommst, weil das auch so bunt ist? Weißt du noch Spinch? Oh ja. Das war mein Highlight. Versteh ich. Was war Spinch? Das können wir uns auch angucken. Haben wir da was von? Weil, dann schau's dir an, dann weißt du sofort. Also, ich hatte irgendwie noch kurz reingeschaut, da war Eternity Cylinder dabei. Ja, genau. Das hatten wir aber, das gab ... Auf der Gamescom wurde das ja gezeigt, hier mit dem kleinen Cubot, der dann hier ... Genau, ich frag mich, wie das jetzt ... Das hab ich gar nicht mitgekriegt, dass sie das auch ... Wie hieß es noch mal? Spinch. 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 So wie Spinchbob Schwammkopf? Ja, genau so. Ich hab immer den Gag sein lassen. Genau, von Queen Bee Games. Also, wenn ich Spinch-Trailer hinkomme, krieg ich Sponchbob-Trailer. Das ist klar. So wie der Spinchkuchen. Ja, das hab ich auch das Gefühl, wenn wir bei dem Thema mal bleiben, dass dann diese einzelnen Trailer auch danach total verloren gehen. Da musst du dann in diese große Präsentation gehen und dir so den raussuchen, weil sonst hat er dann irgendwie 2000 Aufrufe und du findest ihn gar nicht. Ich find den Trailer ... Ja, offensichtlich, wo es gerade geht. Komisch, ne? Müsst du doch eigentlich direkt, wenn er abgefeuert wird, müsste der doch ... Sonst such nach Spinch und Queen Bee Games. Das sind die Entwickler. Ist das hier Spinch? Wenn du alle Farben der Palette siehst, dann ist das, ja, da ist es. Das ist es? Ja. Ja. Und das fand ich super hübsch. Das erinnert mich im ersten Moment an ... Kennt ihr noch LocoRoco Cocorecho? Ich kenn nur LocoRoco. LocoRoco Cocorecho war so ein interaktiver Bildschirmschoner auf der PS3, was auch megagut war. Ich mein, LocoRoco ist ja auch schon recht bunt. Und diese kleinen ... Guck mal, der Typ hat die Töne dafür gemacht. Chiptune. Schau dir das an. Ja, Chiptunes macht der mit. Mit allen Farben, die auf dem Spiel sind anscheinend. Baby-Spielzeug, ja, Hammer, oder? Ja, ist schon Hammer. Also, unglaublich gut. Und, ähm, ja, die Bilder sind eigentlich noch beeindruckender, wenn man das sieht. Das ist so eine Art Jump'n'Run. Und dann musst du so eine kleine ... Siehst du diese kleinen Puschels? Die haben nämlich keine Farben. Und die Farben sind böse. Und diese weißen Puschels, von denen musst du deine kleinen Kollegenweißen Puschels einsammeln und dann gegen diese Farbmonster kämpfen. Und er saugt gerade unten die kleinen Puschels ein und dann spinch. Okay, das sieht aus wie ein Drohungstrip. Ja. Super ansprechend. Okay. Also ... Ich sah ein bisschen auch wie Meat Boy aus. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Und das ist ja auch das Geile, wenn man in so einen Flow kommt. Das hatten wir bei dem anderen Spiel vorhin auch schon. Wenn du irgendwie irgendwann das Gefühl hast, dieses typische Tony Hawk's Pro Skater-Ding, du bist einfach drin. Du bist drin, ja. Und du willst auch nicht mehr weg. Du willst drüber raus. So ein Skateboard-Spiel, das hab ich vorhin auch noch gesehen. Ja, das hab ich ganz kurz gesehen. Hat mich nicht so angesprochen. Ich freu mich jetzt einfach fünf Jahre lang auf Skate 4. Das sind auch so ganz merkwürdige Ankündigungen. Dann gab's irgendwie noch so ein Ding, das sah wie eine Mischung aus Harvest Moon und Fortnite. Ich ... Ey, Harvest Moon und Fortnite. Guckt euch's euch mal an. Genau. Ich hab's mir den Namen nicht mehr gekauft, weil ich die ganze Zeit mit einem Auge bohrt. Das war ... Das Einzige, was ich noch aufgeschrieben hab, worauf ich mich noch freue ... Oh ja, ich weiß, was du meinst. Boah, das schreckt mich so ab, Alter. Da ist ja alles schlimm dran. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ein Survival-Game. Oh Gott, dann sliden wir da noch rüber. Es ist perfekt auf 12-jährige Kugel. Es ist wahrscheinlich Rust oder ... Ich weiß es auch nicht, aber ... Die Optik, die schreckt einen schon ab. Also, ich hatte dann auch in den Chat reingeschaut und alle so, oh, Fortnite 2, Fortnite 2, Fortnite 2. Ich kann es nicht mehr sehen. Die Optik? Nee. Was ich zum Teil nicht mehr sehen kann, ist zum Teil Pixeloptik. Ich weiß, es ist eine Optik, die zeitlos ist, die ist cool, ich mag das auch. Aber fast alle Indie-Entwickler, wenn die jetzt irgendwie ein Spiel rausbringen, Pixeloptik, Metroidvania. Ja, da hast du recht. Aber Pixeloptik gibt's ja ganz viele verschiedene Arten von, ne? Ja, aber es gibt ja halt auch welche, wo du einfach denkst ... Ja. Nee. Es gibt sehr viel Pixeloptik momentan. Da hast du vollkommen recht. Ey, ich mag das zum Beispiel hier ... Wie ist denn dieses Souls-like-mäßige ... Das sagt Pixel-in-Wiert. Hä? Remnant? Remnant? Ja. Hieß das Remnant? Welches Souls-like-meins? Die Souls-like mit dieser ... Ein Pixeloptik, oder? Ja, ein Pixeloptik. Ach so, Blasphemous. Blasphemous. Das war zum Beispiel ganz cool, weil man so einen gotischen Look hatte und so, die Animationen sahen gut aus. Wie kommt's denn, dass du Pixel-Wiert heißt, weil du auf Pixelspiele überhaupt nicht stehst? Stimmt. Die Zeit ist dazu gekommen, irgendwann hasst man das. Ah, verstehe. Ich nehm mich Fortnite-Sandrun, dann hasse ich's auch. Ich hasse's jetzt schon. Aber hast du's vorher gemocht, ist die Frage. Nie. Das ist der Unterschied. Nie. Aber guck mal, was da gerade stand. Indie ist der neue Mainstream, hat gerade jemand gesagt. Da ist was dran, ne? Ja, da ist was dran, das stimmt. Ich hab da auch ... Also, ich kann diesen Stil auf jeden Fall nicht mehr sehen, weil das für mich immer gleich aussieht. Und ich kotze da immer direkt schon ab und hab schon gar keinen Bock, dem Spiel eine Chance zu geben. Das ist vielleicht ein bisschen unfair. Das ist sehr unfair. Das ist unfair, aber ey ... Das Spiel muss auch ästhetisch mir gefallen. Das ist nur einfach so. Man spielt ja auch nicht irgendein Spiel, was hässlich ist. Ich zeig mal was Ästhetisches. Es ist ein AAA-Spiel, es ist kein Indie-Game. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen. Aber ich hatte mit zwei anderen Kollegen darüber gesprochen. Aber ich glaub, bevor wir uns das Ding anschauen, gehen wir doch gestern in eine Werbung, oder? Ja, Mann. Jetzt bin ich so gespannt. Oh, bis gleich. Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP. Die ganze Welt des Fan-Merch. Zu jagen so. Oh, guck mal. Hey. Da sind wieder die Elfen gejagd. Die Elfen jagen, Panzer. Ihr kennt das ja. Ja, ich hab eben gesehen hier ... Kurzer Opener. Pixel wird, 3D wird, ich weiß nicht. Voxel wird fand ich ganz gut. Voxel wird. Denk mal drüber nach. So, nur was das Fortnite wird. Und ich hab eben gerade gesagt, diese Pixeloptik, weil Indie-Entwickler das benutzen, es geht darum, dass ... Es geht um die Möglichkeiten, ne? Die sind halt ein bisschen einfacher, als jetzt irgendwie so ein 3D-Spiel zu machen. Ist natürlich auch verständlich. Es ist ja nicht so, dass ich die Leute jetzt dafür hasse, dass sie jetzt Pixeloptik nehmen, weil sie jetzt ein Studio aus zwei, drei Leuten sind, sondern es ist halt einfach nur, dass man ein bisschen übersättigt ist. Ja, du musst dich nicht verteidigen. Ja, ich wollt's halt einfach nur sagen. Es ist ja nicht so, dass ich's komplett hasse, sondern es ist einfach nur so ... Mein Auge ist jetzt ... Du musst halt auch aufpassen. Indies waren vor einigen Jahren der Heilsbringer. Der hieß es, oh, der böse Mainstream. Und dann kamen die Indies in ihrer goldenen Rüstung und waren so kulturell ansprechend und so tief und super smart. Aber jetzt wird Indie ja, wie wir gerade gesehen haben, Mainstream. Und jetzt musst du aufpassen. Jetzt kommt so eine Mainstream-Schwämme. Und jetzt musst du auch schon selektieren. Das Gute ins Töpfchen und das schlechte Indie-Spiel ins Klöchen. Weil du musst mittlerweile auch sehen, nur weil Indie draufsteht, heißt nicht, dass auch geiler Indie-Shit drin ist. Genau. Ist nicht alles wie Grieß. Nee, das stimmt. Das hat ja sogar dein Herz durchbrochen. Durchbrochen. Sehr gut, ja, das stimmt. Sehr gut, durchbrochen. Wie nennt man das als positiv? Eroberten lassen. Geflickt. Geflickt sogar. Mein Herz geflickt war es vorher zerstört. Ihr seid heute ganz schöne Psychologen. Du bist auch in der Mitte, wie nehm ich's Griechen auf. Du wirst ja nicht, was in der Werbung hier abgegeben. Ich werd hier die ganze Zeit analysiert. Was ich zeigen wollte, Star Wars Gordon, es sieht natürlich sehr gut aus, aber spielt er sich auch gut, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr darüber erfahren. Und zwar letzte Woche auf der EA Play wurde das Spiel als eines der Highlights gezeigt, weil es einfach wirklich nichts gab. Das war das Highlight. Das war das Highlight tatsächlich. Naja, für einige Leute vielleicht auch Skate 4, wo einfach nichts gezeigt wurde. Aber du gesagt hast, ja, Skate 4 ist eine Entwicklung. Und es gab noch einige Indie-Spiele, die fand ich ganz schick. World of Random oder dieses Spiel, das ist ein ... Geiler Titel auch einfach. Hieß das so? World of Random, ich glaub, das heißt so. Irgendwas mit Random. World of Random. Ja, irgendwas mit Random, das sah richtig gut aus. Und das ist jetzt, ja, Star Wars Gordon. Ein Weltraumspiel, Weltraum-Simulation. Wissen wir nicht. Ich glaub eher, es wird Arcade-mäßig und es ist ein Fünf-gegen-Fünf-Spiel. Es fühlt sich ein bisschen wie ein MOBA an. Wie ein MOBA? Es fühlt sich wie ein MOBA an. Naja, das wird aber schon ... Nee, nee, nee. Also, das, was sie erklärt haben, das ist halt, es gibt die verschiedenen Raumschiffe, die man halt kennt aus dem Star Wars-Universum. Und es gibt dann hier Objectives, die man halt zerstören oder einnehmen muss. Und das ist halt ein bisschen wie ein MOBA, dass du dann halt Objective-based Multiplayer hast. Aber daneben gibt's immer auch einen Singleplayer-Modus. Und was ich natürlich ganz spannend finde, tatsächlich VR-Support. Weil schon diese Star Wars-Battlefront-VR-Mission auf der PlayStation-VR echt cool war, auch wenn die nur 20 Minuten gingen oder so was. Ich glaub aber, dass das schon sehr arcadig wird. Ich glaub jetzt nicht, dass das so anspruchsvoll oder Simulator ... Ich glaub, Star Wars-Spiele werden für immer sehr massenmarktauglich sein. Weil du sprichst ja nicht nur eine Zielgruppe von Zehnjährigen, Sechzehnjährigen an, sondern du willst ja auch noch die Leute abholen, die dann auch wirklich mit Star Wars das allererste Star Wars schon gesehen haben. Episode 1, äh, Episode 4. Deswegen muss ja auch irgendwie die Leute abholen können, die 40, 50 sind. Wobei man sagen muss, X-Wing und alle Derivate davon, früher waren schon relativ forward, dass du dann Schilde einstellen konntest vorne, hinten oder Seite und dann auch auf die Triebwerke die Energie geben konntest. Das war schon ein bisschen fortgeschritten. Es war nicht arcadig, X-Wing, TIE Fighter und X-Wing vs. TIE Fighter und alle. Was arcadig war, war Rook Squadron. Und da hier auch Squadron im Namen ist, alleine deswegen hab ich irgendwie das Gefühl, dass es am meisten Ähnlichkeit mit den alten N64 Rogue Squadrons hat. Aber ich frag, glaubt ihr, es gibt da noch irgendwie eine Außenperspektive? Weil wir haben bis jetzt nur die Ego-Perspektive gesehen, beziehungsweise die Bordkamera. Ich brauch nur die. Ich find die geil. Ja, die ist geil. Ich find die auch sehr geil, weil endlich siehst du mal so einen X-Wing oder TIE Fighter von innen mit den ganzen Armaturen und so weiter. Das sieht einfach richtig geil aus. Ein Simulator braucht eigentlich immer eine Außenansicht, oder? Wenn da keine Außenansicht ist. Aber ist das jetzt ein Simulator oder ist das ein Arcade-Game? Es ist ein Multiplayer-Game. Ja, es kann ja auch ein Arcade-Simulator. Es ist ja eine Flugsimulation in dem Sinne. Das heißt ja, ach komm, jetzt hängen wir uns an Begrifflichkeiten auf. Du meinst, es wird arcade, aber es ist ja immer noch eine leichte Flugsimulation, ne? Oder? Also eine Weltraumsimulation. Ja, aber ich glaub jetzt nicht, was ich damit sagen würde, ist, ich glaube nicht, dass es allzu anspruchsvoll würde. Sondern ein Voran darum geht, dass jeder darin Spaß hat. Ja. Richtig, aber darum geht's ja auch. Ja. Ich mein, wer will bei Star Wars jetzt, oh, scheiße, meinen Hyperraum-Antrieb hab ich vergessen aufzuladen. Jetzt treib ich hier im Weltraum rum. Das will ja keiner. Exakt, du willst die geilen Sounds, du willst geile Farben. Ey, guck dir mal an, was die da für Farbpaletten rausholen in diesem Trailer. Ich bin da komplett all in. Und ich muss sagen, ich find's stark, dass es nur 40 Euro kostet, also kein Vollpreistitel ist. Keine 70 Euro da verlangt wird für ... Hätte ich jetzt gedacht, wenn's nur Multiplayer wäre, aber es wurde ja auch gesagt, dass es auch einen Singleplayer gibt. Und ja, tut mir leid, es gibt nur Ego-Perspektive, wurde ich hier korrigiert. Danke. Ah, okay. Spannend. Genau. Cool find ich natürlich auch, dass man verschiedene Charaktere erstellen kann, aber ich glaub, da kommt ja das ganze Geld rein durch Microtransactions. Die würd's doch nicht geben, hab ich gelesen. Gibt's nicht? Oh, das ist ja fantastisch. Naja, ich glaub, die haben ja wirklich die richtig scheiße gefressen, zu Recht bei Battlefront 2. Naja, ich finde, wenn die jetzt nur Cosmetics machen, wenn die Cosmetics machen, ist ja vollkommen in Ordnung, weil das ist halt ne Art von Monetarisierung, die halt fast jeder macht und womit man mittlerweile schon fast d'accord ist. Aber wenn's jetzt ein Pay-to-Win ist, dann ist wirklich ein Problem. Ich glaub, dann würden sie lieber, bevor überhaupt Microtransactions benutzt wird in dem Kosmos, in diesem Rahmen von dem Spiel, sagen sie lieber, okay, wir warten noch zwei Jahre, bis wir wieder die Microtransactions zurückholen. Ich würd da jetzt auch nicht mutmaßen. Also, wir wissen, dass es von EA ist. Den wird schon irgendwas einfallen, das richtig gegen die Wand zu fahren. Es ist ganz schön gemein, dass wir schon davon ausgehen, dass die es an die Wand fahren. Naja, wir sagen, Jedi Fallen Order war fantastisch. Und Jedi Fallen Order war richtig gutes Spiel und ich bin auch davon ausgegangen, da wird irgendwie ne Microtransaction drin sein, weil es war einfach prädestiniert dafür. Du konntest die ganze Zeit Cape umhängen, du konntest dein hier, dein Druin halt in verschiedenen Farben dekorieren und es waren keine Microtransactions drin. Hm. Okay. Ich hoffe einfach komplett, dass der VR-Support auch fürs ganze Spiel zählt und nicht irgendwie wieder so ne 15-Minuten-Geschichte ist. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich find's stark, dass die nicht nur für PlayStation VR das jetzt machen, sondern auch für PC VR. Das heißt, also, weil ich will einfach meine PlayStation VR bei so nem Spiel nicht mehr aufsetzen. Sorry. Das sieht eigentlich gut aus. Exakt. Und dann seit Half-Life Alyx bist du so verwöhnt irgendwie auch von VR. Da willst du das dann schon machen. Sieht aber auch derbe nach Motion Sickness aus. Aber egal, ich hab Bock. Ja, da hab ich auch mega. Ich hab X-Wing damals geliebt, komplett durchgespielt mit allen Addons, TIE Fighter das Gleiche. Das sind so gute Spiele, dass die so lange brauchen, das endlich wieder rauszuholen. Was wir fanden, waren wirklich nur diese Arcade-Sachen. Wir hatten, wie das Shadows of the Empire, waren glaub ich auch so ein paar Sequenzen bei, wo man... Ja, aber es war ja auch hier noch Third Person, wo du rumgerannt bist. Aber das war ja damals noch so ein Test, um zu gucken, ob das Star-Wars-Franchise irgendwie noch interessant ist. Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht. Wer hat sich das denn gefragt damals? Das war doch, als die N64 erschienen ist. Das muss ja 96, 97 sein. Das war ja schon ein paar Jahre bevor jetzt Episode 1 erschienen ist. Also hat Nintendo sich gefragt, ob Star Wars noch relevant ist oder was? Nee, da dachte sie, bevor sie jetzt hier irgendwie weitere Sachen machen, oder generell, glaube ich, LucasArts, ob Star Wars noch relevant ist. Wie viele Jahre sind da schon vergangen nach Episode 6? Es sind ja auch schon fast zehn Jahre vergangen. Ja gut, aber Spiele waren ja immer quasi kontinuierlich, kam da was raus. Ich glaube, es gab doch kein Jahr, in dem nicht irgendwie eine Handvoll Star-Wars-Spiele größer oder kleiner rausgekommen sind. Es sind ja nicht immer Triple-A-Title, aber es gibt auch so andere Dinge. Ich meine, es gibt so ein riesiges... Kommt du morgen Potracer? Potracer zum Beispiel. Ja, richtig. War ein dickes Ding damals, als der erste Teil rauskam. Das habe ich auch geliebt. War mega lame, weil du eigentlich nur geradeaus fährst. Ich kann mich erinnern, dass es superschwer war. Es war auch sehr schwer. Ich habe die PC-Version gehabt und die PC-Version sah richtig gut aus und dann habe ich damals von einem Kumpel die N64-Version gesehen und dachte so, das ist nicht dein Ernst, oder? Das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, oh, PC sieht schon ein bisschen besser aus als jetzt hier auf der N64. Ich hoffe einfach insgesamt, dass EA das Ruder nochmal rumgelenkt hat, dann mit Jedi Fallen Order, dann mit dem Spiel und dann, was sie halt noch so alles irgendwo geplant haben, wäre nämlich schön, weil man hat ja schon genug gemeckert, meckern müssen auch, was EA und Star Wars angeht. Wäre ganz cool, in die richtige Richtung gehen. Aber da werden wir noch ein bisschen warten. Kommt das jetzt, wann kommt das jetzt raus? Star Wars? Ja. Das ist auch Oktober, ich bin mir gerade nicht sicher. Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch. Auch am 12.10. Dann kommt das sogar noch vor Cyberpunk 2077. Aber was war jetzt noch am 12.10? Das ist Crash Bandicoot. Es kommen noch so viele Spiele raus. Zwei verschiedene Spiele, kann man sich beide holen. Deswegen ist das auch gar nicht schlimm, dass jetzt Cyberpunk nochmal verschoben wurde. Ich meine, ursprünglich 16. April, dann 17. September, jetzt kommt es am 19. hoffentlich am 19. November. Und damit wurde auch das Multiplayer-Projekt verschoben, logischerweise, und die DLC-Planungen. Und was ich ganz clever fand, war, dass sie kurz nachdem diese Verschiebung rausgehauen wurde und offiziell gemacht wurde, haben sie angekündigt, dass Cyberpunk 2077 auf beiden Konsolen backwards kompatibel ist, abwärtskompatibel ist. Und man wusste bisher, dass es bei der Xbox so sein wird. Jetzt ist es eben auch bei der PS5 so. Das bedeutet, man kann die PS4-Version dann auch auf der PS5 spielen. Allerdings ist die noch nicht geupgradet. Das kommt erst bei einem späteren Update. Also erst mal ist die Version von der PS4 und wenn du die Version auf der PS5 spielst, die gleiche. Später gibt's dann ein grafisches, technisches Update. Und das find ich ein bisschen schade, weil ich kann halt nicht warten dann. Ich will's halt direkt spielen. Und dann, naja. Du denkst gerade nur, ob dein PC schafft, das ist eigentlich egal. Ich kann's auch auf dem PC spielen. Das Problem ist, ich hab's auf PS4 bestellt. Okay. Sag Fabian, nein, ich will ein PC. Ja, ich hittet noch mal mit dem Herrn Döhler. Aber was du gerade erzählst, das erinnert mich an GTA. Da kommt ja jetzt auch das Ding raus. Dritte Generation dann schon. Ja, stimmt. Krass, das ist, wo du es sagst. Das gab's auf 360. Es gab's auf One. Und es wird auf Series X kommen. Series oder whatever. Anstatt irgendwie zu sagen, ey, ihr habt schon die Xbox One-Version, jetzt kriegt ihr ein Upgrade. Nein, es wird noch mal verkauft, anscheinend. Aber das find ich nicht schlimm. Aber nur aus meinem persönlich, aus meiner persönlichen Sicht, weil ich zufälligerweise das nie ganz durchgespielt hab. GTA 5. Ich dachte, du hast es im Epic Store geholt. Ja, ich hab's auf verschiedenen, ich hab's auf allen Plätzen, ich hab's auf der 60, auf dem PC und auf den anderen Konsolen, was weiß ich, aber ich hab's nie geschafft, durchzuspielen. Was aber unter anderem darauf lag, dass ich angefangen hab auf der 360, als die neue Generation kam, dann hab ich irgendwie aufgehört und jetzt tatsächlich sagt das Schicksal zu dir, ey, come on, das war doch alles kein Problem. Ich bring's für dich jetzt noch mal ein richtig geil auf der nächsten Generation raus, damit du noch mal einen Grund hast anzufangen. Das ist für mich ein persönlicher Zufall, deswegen hab ich da kein Problem mit, finde das ganz in Ordnung. Und, ähm, find's aber auch recht logisch, dass viele Leute fragen sich, wo ist denn GTA 6? Natürlich, wenn sie noch ein GTA 5 in der Pipeline haben, dass sie noch mal gewursten wollen. Ich find, stellen sie's erst mal hinten an. Hä, die macht damit massig Geld, ne? Also, GTA Online läuft ja immer noch im Gegensatz zu Red Dead Redemption 2 Online, was irgendwie anscheinend tot ist. Ey, der Erfolg von GTA Online ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Zum einen ist es total spaßig, weil ich guck mir so super gerne Videos von GTA Online an, was die Leute da alle so machen, weil das super crazy ist und du alles machst und Roleplay auch vor allem. Und auf der anderen Seite verzögert das aber einfach GTA 6. So, weil warum sollten sie GTA 6 bringen, wenn 5 immer noch so steil geht? Wobei, dazu hab ich letztens was gelesen und zwar gibt's da noch einen ganz guten Grund, den fand ich ganz interessant, weil es ist nicht nur die Tatsache, dass es natürlich marketingtechnisch ist, sondern es ist auch der, also GTA ist einfach so ein riesen Batzen, dass du Schwierigkeiten hast als Entwickler, so ein riesen Batzen als Launch-Titel rauszubringen, weil Launch-Titel die schwierigsten zu programmieren sind, weil die Specs noch nicht feststehen. Erst ganz am Ende im Designprozess der Konsole sind die Specs final und erst dann kannst du als Entwickler anfangen, anständig zu arbeiten. Und das fand ich recht einleuchtend. Und wenn man zurückdenkt, die meisten Launch-Titel sind zwar auch geile Dinger, aber es dient nicht so diese komplexen Megabonds. Das merkt man auch immer wieder, das hat man bei der PlayStation 3 gemerkt an Last of Us, das hat man jetzt gemerkt bei der PlayStation 4 mit Last of Us 2. Weil wie das aussieht, das ist komplett krank und da können wir vielleicht auch mal rüber switchen auf die Spiele oder zu den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben, denn ich weiß, das wird fast, zumindest Last of Us Part 2 durchgespielt hat und ich hab ein paar Stunden reingespielt und muss sagen, also, ich kann jetzt kein finales Urteil bilden, aber was allein die Optik angeht, es ist wahnsinnig schön und das sind eigentlich Spiele, die ich erwarte auf dem PC. Dann guck ich mir so eine PC-Gaming-Show an und seh dann halt Trailer, wo ich denke, Alter, damit wollt ihr mich jetzt zum PC, also ich will sowas wie Star Citizen Inn fertig, weißt du, was mich dann umhaut, aber stattdessen krieg ich halt Last of Us 2, was auf einer Konsole, die sechs oder sieben Jahre alt ist, wunderschön aussieht. Aber wie ist denn für dich Last of Us Part 2? Gibt's Giraffen wieder? Es gibt keine Giraffen, aber es gibt viele andere Sachen. Einmal auch. Die sind ... Es ist schon fantastisch, was alles dazukommt. Wie lang? Wie lang? Ich hab jetzt 18,5 Stunden. 18 insgesamt. Ja, und ich glaube, bei 24, 25 ist so der Schnitt. Mhm. Es ist ... Ich glaub, das ist eines der brutalsten Spiele, die ich je gespielt habe, weil die Brutalität gegenüber Menschen hast, glaub ich, in keinem anderen Spiel gesehen. Du spielst Sachen wie Doom und so weiter. Ich hab die Spiele gesehen, wirklich? Ja, du spielst Sachen ... Du spielst Doom und so weiter. Das ist ja Gewalt gegen Dämonen und Höllenwesen. Das ist ja alles kein Problem. Ist irgendwie auch sehr lustig, wenn die sich zappratzen. Aber wenn du hier so Gewalt gegen Menschen ausübst, gerade so ein Hammer, wenn du irgendwie jemanden damit finishst, da bleibt einfach so ... Der Hammer am Kopf stecken liegt am Boden, die Augen verdrehen sich so nach innen und so weiter. Also Mimik ist schon sehr schmerzhaft dargestellt. Mein allererster Schuss, den ich abgegeben hab, war mit einem Repetiergewehr beim Typen gegen sein Bein. Mhm. Sein Bein ist abgeflogen und er hat die ganze Zeit noch geschrien und gejammert. Und diese Geräusche, die von sich geben, das ist unangenehm. Es ist mega brutal. Mhm. Leute, die dann hier ein Messer in die Kehle bekommen, die reicheln dann noch. Und dann blubbert es da die ganze Zeit. Es ist unglaublich brutal. Auch gegen Tiere ist es sehr brutal. Ich hatte eine Machete gehabt, gegen den Schäferhund die ganze Zeit gehauen. Dann blieb die Machete stecken und sie drückte mit dem Fuß da gegen diesen Hund und finisht ihn. Du siehst ja auch direkt am Anfang, also wie gesagt, wir spoilern hier auf keinen Fall. Man sieht aber am Anfang auf jeden Fall ein Kadaver, ein Tierkadaver. Das fand ich schon wahnsinnig widerlich. Und das ist ja nicht mal in Action, sondern die Action an sich ist ja auch noch mal super brutal. Und dazu kommt ja auch noch, nicht nur das, was man klar und deutlich sieht, diese Brutalität, sondern auch das, was man hört oder denkt. Das ist ja eigentlich der größte Horror dann. Und damit meine ich das Sounddesign. Denn du musst ja auch ganz oft, weil's nur mal viel schleichen ist und so, musst du dich irgendwie ransneaken an die Klicker, die dann dich nur hören, aber nicht sehen. Und wenn die dann einmal ein Geräusch von dir geben, ich spiel's derzeit auch mit Kopfhörern, Alter, scheißt du dich komplett ein. Das ist wahnsinnig krass. Also das, was sie da zeigen, ist schon auf dem höchsten Niveau. Das ist Next-Level-Shit, was da ist, weil ich finde sehr wenige Clippingfehler, auch bei den ganzen Animationen der Charaktere. Ich hab zum Beispiel drauf geachtet, wie eine Person in einer Cutscene, also Ingame-Cutscene, auf dem Boden gedrückt wird und die Nase den Boden berührt. Normaler würde man denken, okay, die Nase, die wird jetzt irgendwie in den Boden reingedrückt. Man sieht dann sie auf ... Man sieht auch so richtig, wie die Nase so ein bisschen zur Seite gedrückt wird. Also es ist richtig krass. Also wir achten auf solche Kleinigkeiten. Und auch die Charaktere, die sind sehr, sehr detailliert. Also man hat ja schon im ersten Teil gesehen, wie bei den Todesanimationen und generell bei den Bewegungen, wie detailliert die da alle sind. Und gerade der Nahkampf macht so Spaß mit verschiedenen Waffen, weil die Bewegungen auch immer anders sind. Die Finisher sind immer anders und es ist ... Es bockt halt wirklich ... Ich hab das Feuerwerk der Gefühle, von Angewiedertheit hin zu Euphorie. Das scheint gut zu sein. Aber es ist wirklich gut. Es macht halt einfach Spaß, böse, böse, bösartige Menschen auf schlimmste Art und Weise dort niederzumachen. Aber dann kommt dann wieder dieses Ding, wo ... Wir haben viele Fragen. Ja, aber dann kommt dann dieses Ding wieder. Jaja, du spielst jetzt diese eine Person, die Metze, die grundlos nieder. Die haben irgendwie keinen Charakter. Es ist einfach sehr schwarz-weiß. Das, was ich bemängelt habe. Aber das können sie dann auch irgendwie ganz gut fixen, wiederum. Okay. So sag ich jetzt nicht viel. Du würdest aber sagen, dass die Gewalt auch Konsequenzen hat. Ja. Ohne zu viel zu spoilern, man das auch hinterfragt. Ja, man hinterfragt das dann auch noch. Und was jetzt grade im Internet natürlich so ... Hat überall gezeigt wird. Auf Metacritic wird das Spiel ja so grad richtig niedergemacht. Genau. Und das ist ... Ich glaub, einer der Gründe davon ist, dass Last of Us, jetzt nicht negativ gemeint, das LGBTQ-Plus-Bingo gewonnen hat. Also, alles, was da drin ist, behandeln sie. Aber die behandeln das auf respektvolle Art und Weise und auf gute Art und Weise, was, glaub ich, sehr viele konservative Rednecks da nicht so geil finden. Ich glaub, die ... Da wird's einfach nicht so abgedeckt. Es ist nicht nur das. Ich find's also, ob man jetzt irgendeinen Story-Twist nicht mag, durch Leaks oder so, oder irgendwas anderes an dem Spiel nicht gefällt, es artet nur noch in Extreme aus. Das kotzt mich so an, weil für die, die, die's nicht mitbekommen haben, das Spiel hat irgendwie bei Metacritic einen Score von 95, was die Kritikerwertung angeht. Ähm, die User haben schon nach wenigen Stunden, also, sie konnten's nicht mal durchspielen, viele haben's noch nicht mal angespielt wahrscheinlich, nur aufgrund der Leaks und weil sie wussten, worum's geht in diesem Spiel, haben sie das so hart bewertet, dass da irgendwie ein Userscore von 3,5 steht. Und mein Problem daran ist, das ist ja nun mal ... Spiele sind Kunst und da sitzen sauviele Entwickler dran, sauviele Menschen, die sich zu Tode quatschen. Das ist ja noch mal ein anderes Problem, ich will nicht quatschen gutheißen, aber da sitzen Leute, die stolz sind auf ihr Produkt, quatschen sich zu Tode und dann fällt den sogenannten Gamer nichts weiter ein, als irgendwie auf nem Sessel zu sitzen, dieses Spiel noch nicht mal gespielt zu haben und ihre 0 von 10 ins Internet zu kacken. Ich bin völlig okay damit, weil ich auch, ich hab so ein Tweet abgesetzt und das haben viele falsch verstanden, ich hab geschrieben, Userscore abschaffen. Und damit meine ich aber ausschließlich, und ich seh das genauso bei Metascore, bei Punkten prinzipiell, ey, eure Meinung könnt ihr ins Internet blasen und auf jeden Fall auch kacken, wie ihr wollt, aber lasst diese Punkte weg, weil das hat überhaupt keinen Nutzen. Wo, also, dieses 0 von 10, es gibt nur noch Extreme. Das Spiel gefällt mir, 10 von 10, find ich mega, 10 von 10. Das Spiel ist kacke, 0 von 10, dazwischen ist nichts. Deswegen führt's auch dazu, dass alle Spiele gefühlt ab, also alle AAA-Spiele, dann irgendwie mit 8 von 10, 9 von 10 oder 10 von 10 bewertet werden. Es gibt nur noch Extreme, es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, es wird überhaupt nicht mehr sich ausgetauscht, jeder redet aneinander vorbei. Und die Leute haben's nicht mal gespielt. Braucht mir doch nicht erzählen, dass ihr irgendwas gespielt habt, Alter, nach ein paar Stunden, nach Release so. Und dann steht da die 3,5, Alter. Und man kann ein Problem mit diesem Spiel haben. Und ich find, bis jetzt, ich hab nur 5 Stunden gespielt, ich find auch nicht alles geil, aber das ist für mich kein Grund, eine 0 von 10 zu scheißen, sondern ich sagte, naja, vielleicht ist zum Schluss für mich eine 7 von 10. Oder ich will nicht mal in diese Scheißpunkte denken, sondern ich les mir halt Reviews durch und will halt zwischen den Zeilen lesen, weil sonst wirst du nie erfahren, ob dieses Spiel was für dich ist. Ich hab auch schon Spiele gehabt, die haben eine Metascore von 60 und ich hab Spaß mitgehabt. So, mir geht's darum, mir kann ja kein Kritiker der Welt sagen, ob dieses Spiel mir gefallen wird. Er kann nur sagen, ey, für die Art Spieler ist dieses Spiel ... Für das, was es ist. Für das, was es ist, so wie Schreck, genau. Ja, Schreck ist halt immer so, ey, für das, was es sein will. Ne, ihr wisst, was ich meine. Oder ich vertrau, oder ich vertrau halt, oder ich vertrau halt, oder ich vertrau halt in Vigil, weil ich weiß, er hat ähnliche Gedanken. Trotzdem muss ich selbst ein paar Stunden spielen und so wissen, wie's ist. Weil Random Dude in the Internet null Punkte gegeben hat für ein Spiel. Ja, aber mit Tuna hat Entwickler so leid. Lass mich mal ganz kurz was sagen. Die ganzen Leute, die sich über die ganzen Leaks aufregen, Elias hat das ja schon durchgespielt, er hat ja hier den Test für Game 2 gemacht, er hat den Review-Talk gemacht, guckt euch das jetzt alles an und bitte nicht einfach schlecht bewerten, weil ihr sagt, die Leaks sind schon draußen und so weiter, ihr habt alles gelesen, das ist alles kacke. Elias hat einfach mal ins Internet gefragt. So, wer von euch hat alles die Leaks gelesen? Jetzt erzählt mir mal darüber. Mehrere Leute haben ihn angeschrieben und von den Leaks erzählt, alles ist falsch. Krass. Das sagt ja schon viel aus. Ja. Und der Review-Talk bei uns wurde so schlecht bewertet, weil einfach sehr viele sagen, ja, das Spiel wurde schon geleakt, das ist das, das ist kacke, das ist kacke. Die haben es ja noch nicht mehr gespielt. Oder als ob die Entwickler was für irgendwelche Leaks konnten, dann spart euch die Leaks. Ich hab die Leaks mir nicht angeschaut. Warum sollte ich sie mir denn anschauen? Ich will diese Spielerfahrung haben und wenn ich mir irgendwelche Leaks anschaue, ist mit Filmen genau das Gleiche. Wenn irgendeine Szene liegt, guck ich mir doch die Szene nicht an. Ich will Spaß an diesem Medium haben. Und wenn ich jetzt, also ich kann mal auch sagen, ich hab ja immer Kritiken regelmäßig geschrieben und der Ansatz ist hier eigentlich auch, ich glaub von vielen von uns so, wir versuchen, weil das immer eine subjektive Sache ist, du kannst nur bis zu einem bestimmten Punkt objektiv Spiele bewerten, wir versuchen immer zu sagen, ey, für die Leute ist es was, für die Leute nicht. Das ist zumindest irgendwann mein Ansatz gewesen bei Reviews, weil ich kann nicht sagen, Witcher 3, was eines meiner Lieblingsspiele ist, ist für jeden was. Ist eine Zehn von Zehn, ist für jeden was. Kann ich nicht sagen. Sondern es gibt halt Leute, die mögen diese Art Spiele nicht. Und mir tut es einfach so leid da, denn diese Entwickler, ich kenn keine Entwickler, aber die arbeiten da unfassbar viel und dann wird da so raufgeschissen und das kotzt mich halt so derbar an. Ja, aber da ist ein Last of Us 2, ich glaub, bei denen ist es halb so wild. Es gibt viele kleinere Entwickler, denen tut es viel mehr weh, wenn es ein gutes Spiel ist, dass dann auch wirklich von der Masse fertig gemacht wird, aber, ey, ganz im Ernst, ein Spiel, das von Sony gebackt wird. Lass uns auch das Thema wechseln, nicht auf, also, das ist ja nichts Neues. Ich würd da ganz ruhig bleiben an deiner Stelle, weil das wird sich auch nicht ändern, auch jetzt nach deiner Brandrede, wird das Internet jetzt nicht besser werden. Lies dir mal durch, was da unter meinem Tweet steht, Alter. Nein, und das ist die Lösung. Lies es nicht. Okay, danke schön. Und ich würd aber gerne von Viet wissen, welches, also, es hat sich jetzt schon fast rauskristallisiert, es scheint viel geiler zu sein als der erste Teil. Ja. Okay. Und, ähm, es kommen so einige Momente, Twists und so weiter, die siehst du nicht kommen. Also, es ist schon interessant und wie sie auch mit den Charakteren umgehen. Ähm, es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also, es ist so ein Rauf und Runter von den Gefühlen. Und, ähm, das einzige Problem, wie gesagt, hatt ich ja mit Ellie, wo ich sagte, ah, okay, sie töte so ohne Probleme und so weiter. Hm. Ist ein bisschen so dieses Nathan-Drake-Syndrom, ne? In den Zwischensequenzen, ha, 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 lustiger Typ. Und dann, brrrr, hallo. Äh, ist bei Ellie zwar auch, aber, ähm, die versuchen da noch ein bisschen drauf einzugehen. Ich hab das Gefühl, wie gesagt, ich hab's noch nicht durchgespielt, aber ich hab das Gefühl, dass sie zumindest mutig sind und dass sie versuchen, hier und da was anders zu machen. Und ich hab immer die Befürchtung, dass wenn dann so ein Backlash kommt, zukünftig solche Art Künstler und Spiele sich das dann nicht mehr trauen. Weißt du, wir meckern so viel über langwellige Triple-A-Spiele, die jedes Mal alles gleich machen und dann kommt mal was, was es anders macht und dann wird da so raufgekackt. Und, ähm, ich hoffe einfach, dass Spiele dann, oder auch Spieleentwickler und Künstler und Künstlerinnen da halt einfach mutig bleiben. Genau, guck mal, da schreibt nämlich Basti1350G, scrollt nach oben, ihr seht's nicht, aber er hat geschrieben, Mut 10 von 10. Das auch als Kategorie mit rein, am Ende. Auch wenn es das Scheißspiel ist, das ist ähnlich wie die Siegerurkunde damals bei den Bundesjugendspielern, wie das hieß. Naja, also, gut, mitgemacht, toll, Mut 10 von 10. Er war stets bemüht. Er war stets bemüht. Und das hat ja auch was. Zumindest als Kind dachte ich, das wären positive Meldungen. Er hat sich stets bemüht. Ich dachte, das klingt doch ganz gut. Das dachte ich. Hau dich. Wir wären alle woanders, wenn wir nicht alle stets bemüht gewesen wären. Ja, gut. Okay, also, Last of Us nehm ich hier mit. Es scheint ein mega Ding zu sein, was ich noch mal mehr angucken muss. Schau's dir an. Also, von der Grafik her ist es ein komplett neues Benchmark. Echt? Okay. Ja, krass. Ja, selbst wenn nicht alles cool ist. Ich spiel's an der Pro. Ich weiß nicht, wie's auf einer Classic PS4 aussehen wird. Alter, geht deine auch fast hoch, deine PS4? Wie die laut, ja. Meine ist mega laut. Schon im Menü, als ich das Spiel gestartet hab, war sie saulaut. Krass, das Menü. Ja, das war so gut. Das Menü ist einfach nur ein See und ein Boot. Mehr ist da nicht. Und ich hab die erste Death Stranding, die PS4 Pro. Ich hatte davor eine normale PS4. Okay. Und die geht so steil. Und dann denk ich mir, wie läuft die auf einer normalen PS4? Was geht denn da? Jetzt ist mir eingefallen, warum ich nicht mehr auf ... Ich hab nämlich leider nur die alten. Ich hab nie das mitgemacht. Deswegen warte ich, glaube ich, auf die Version für die PS5. 5 sind wir gerade. Kommt 100 Pro, weil bei PS4 gab's ja auch ein Remaster. Bin ich mehr zu mühsiger, oder? Also, so weit ist das nicht mehr hin. Also, es gibt einige Tempoeinbrüche bei dem Spiel. Gerade wenn viel Nebel ist, dann gibt's so ... Da sind wir wirklich so, hey, mir geht's nicht so gut. Und dadurch, dass du weniger auf Twitter bist, kriegst du auch gar keine Leaks mit. Ich sollte mir einfach ein Beispiel an dich nennen. Nimm dir ein Beispiel an mich. Ich glaub, wir sollten Feierabend machen. Ja, nein. Ich bin wirklich schon fertig. Sandro ist wirklich fertig. Das merkt man. Das kam wirklich von Herzen. Oder? Und das muss auch manchmal raus. Das musste raus, weil bei Twitter hast du diese 280 Zeichen. Und das reicht halt immer nicht. Deswegen ist Twitter und die Diskussionskultur prinzipiell auf Twitter zum Kotzen. Aber es ist ein gutes Spiel. Alles gut. Alles gut. Genau. Gut. Danke. Danke schön für diese Klarheit. Ich fühl mich jetzt auch ein bisschen besser. Ich hoffe, ihr da draußen auch, dass wir das alles geklärt haben. War heute eine pickepackevolle Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem Game Talk. Und bleibt einfach dran bei Rockbeat.TV, denn hier gibt's immer geilen Scheiß. Und liked schön das Ganze hier. Bis zum nächsten Mal. Immer hier montags um 19 Uhr der Game Talk. Haut rein. Tschüssi. Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP. Die ganze Welt des Fanmerch.